Hallo, mein Name ist Rono Alam. In diesem YouTube-Kanal kannst du mittanzen, verschiedene Tänze lernen, findest du richtige Tanzmusik. Bei Interesse abonniere diesen Kanal kostenlos, dann verpasst du keine neuen Videos. Dann runter, hoch, runter, zwei Schritte. Diese Sequenz kommt zweimal und zwar Hände hoch, runter, hoch, Schritt, Schritt. Runter, hoch, runter, Schritt, Schritt. Hände hoch, zwei, drei, links, eins, zwei, drei. Und das kommt hier zweimal. Das bedeutet rechts, zwei, drei, links, zwei, drei, rechts, zwei, drei, links, zwei, drei. Hoch und runter und hoch, Schritt, Schritt. Runter und hoch und runter, Schritt, Schritt. Hoch und runter und hoch, Schritt, Schritt. Runter und hoch und runter, Schritt, Schritt. Rechts, zwei, drei, links, zwei, drei, rechts, zwei, drei, links, zwei, drei. Hoch und runter und hoch, Schritt, Schritt, runter und hoch und runter, Schritt, Schritt. Hoch und runter und hoch, Schritt, Schritt, runter und hoch und runter, Schritt, Schritt. Rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3, hoch und runter und hoch, Schritt, Schritt, runter und hoch und runter, Schritt, Schritt. Hoch und runter und hoch, Schritt, Schritt, runter und hoch und runter, Schritt, Schritt, rechts, 2, 3, links 2, 3, rechts, 2, 3, links 2, 3, rechts, 2, 3, links 2, 3, rechts, 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 Schritt, Schritt, runter und hoch und runter, Schritt, Schritt.